Zwischenfall im Schwarzen Meer. Frachter unter Flagge Panamas prallt auf russische Mine. Zwei Menschen werden verletzt. Kämpfe in Kanunes. Tote nach mutmaßlichem israelischen Angriff. Kennzeichenstreit. Serbien lässt ab dem Jahreswechsel kosovarische Nummernschilder zu. Tod von Jacques Delors. Europäische Staatschefs zollten dem Baumeister Europas Tribut. Ein ziviles Schiff unter der Flagge Panamas ist im Schwarzen Meer auf eine russische Mine geprallt. Der Massengutfrachter war auf dem Weg zu einem der Donauhäfen, um Getreide zu laden. Nach Angaben der südukrainischen Verteidigungsstreitkräfte wurden zwei Personen verletzt. Nach Erkenntnissen des in den USA ansässigen Institute for the Study of War haben russische Streitkräfte weitere Vorstöße in der Ostukraine unternommen. Vor allem in der Nähe von Bachmut, Avdiyevka, Donetskstadt und Verbove, während Positionskämpfe praktisch entlang der gesamten Frontlinien gemeldet wurden. Ukrainische Soldaten beklagen fortwährenden Beschuss. Der Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine reißt auch zwischen den Jahren nicht ab. Kürzlich wurde ein Konvoi mit Winterhilfsgütern an Frontregionen der Ukraine geliefert. Ungefähr 17,6 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Anfang 2022 waren es drei Millionen. Bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff auf ein Gebäude nahe des Al-Amal-Krankenhauses in Kanjunis sind zahlreiche Zivilisten getroffen worden. Dies berichtete der palästinensische Rote Halbmond. Es soll 20 Tote und Dutzende Verletzte geben. In ihrem neuen Bericht spricht die WHO von risikoreichen Missionen, die ihre Teams in Kauf nehmen, um Hilfsgüter in den Gaza-Streifen zu liefern, wo Tausende Vertriebene Schutz in den überfüllten Krankenhäusern suchen. Derweil protestieren Freunde und Familienangehörige im Flughafen Tel Aviv. Sie fordern, dass der 23-jährige Hersh, der von der Hamas entführt wurde, wieder nach Hause kommt. Die mit dem Iran verbündete Hezbollah-Miliz beerdigte in Beirut einen ihrer Kämpfer, der bei Gefechten mit Israel getötet wurde. Die Hezbollah hatte ihre Angriffe auf Israel intensiviert. In Serbien dürfen Fahrzeuge mit kosovarischen Kennzeichen ab dem 1. Januar ohne Einschränkungen unterwegs sein. Das sieht eine Entscheidung der Regierung in Belgrad vor. Noch im Sommer hatte es Streit um die Nummernschilder gegeben. Es kam zu Krawallen und erhöhter Bereitschaft der serbischen Armee. Die EU vermittelte. Die Regierung des Kosovo begrüßt die Entscheidung aus Belgrad. Allerdings weisen die serbischen Behörden an den Grenzübergängen mit Schildern darauf hin, dass die Regelung rein aus praktischen Gründen erfolge. Sie könne nicht als Anerkennung des Kosovo als eigenständiger Staat ausgelegt werden. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben den verstorbenen Jacques Delors als Baumeister Europas gewürdigt. Der frühere Präsident der Europäischen Kommission starb im Alter von 98 Jahren in seinem Pariser Haus im Schlaf. Er war ein Visionär, der Europa stärker gemacht hat, schrieb die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X. Er tritt in das Pantheon der Großen ein, die Europa hervorgebracht hat, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Seine Erfolge waren zahlreich, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte in Paris den unerschöpflichen Handwerker unseres Europas. Er hat entgemacht seine Présidence in der Kommission mit einem Projekt puremögenen, und dann hat er die Ende der Führung, die Europa eröffnet wurde, und sein Projekt ist viel mehr politisch. Er ist wirklich der Pärs des Marker Intérieurs. Er ist eine Art von der Fähigkeit, die in der Europäischen Zentralbank ist, die in der Europäischen Zentralbank ist. Er arbeitet heute auf die Verteidigung, die Demokratie, die Städte, die Städte, die Städte und die Städte. Er ist auch in dieser große Städte, die Städte, die Städte und die Städte. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf X, Jacques Delors hat sich wie kein anderer für die europäische Integration eingesetzt. Er wurde als Visionär zum Architekten der EU. Die neue polnische Regierung will die öffentlich-rechtlichen Medien formell auflösen, aber die Arbeitsplätze erhalten. Man werde die Unternehmen TVP, das polnische Radio und die Nachrichtenagentur PHP in Liquidation überführen, schrieb Kulturminister Bartu Omje Schenkiewicz auf der Plattform X. So könne das weitere Funktionieren dieser Medien gesichert werden. Die neue Regierung unter Donald Tusk wirft den Öffentlich-Rechtlichen vor, sie hätten in den vergangenen Jahren unter der nationalkonservativen PiS-Regierung Parteipropaganda verbreitet. Im Osten der Niederlande haben die hohen Wasserstände der verschiedenen Reihenarme zu Überschwemmungen geführt. Die Situation könnte sich noch verschlimmern, da der Höchststand erst für Donnerstag erwartet wird. Die Landwirte warnen, dass dieses schlechte Wetter der Kartoffel- und Zuckerrübenernte schaden könnte. Eine Mischung aus Stürmen, Regen und Schnee hat unterdessen Deutschland heimgesucht. Die bereits nassen Böden können nichts mehr aufnehmen. Die Lage in den überschwemmten Gebieten im Norden des Landes bleibt angespannt. In der Nähe von Bremen ist die Weser an manchen Stellen rund einen Kilometer breit. Einige Häuser und Höfe wurden überflutet. In Norwegen haben starke Schneefälle zu glatten Straßen geführt. Es kam zu zahlreichen Verkehrsunfällen mit Verletzten. Der Rat an alle, wenn möglich zu Hause bleiben. Der Sturm Henk wird über die Nordsee nach Osten ziehen und am Sonntagmorgen Südskandinavien erreichen. Angel Rojas und seine Familie waren gezwungen, Nicaragua angesichts der Drohungen des Regimes von Daniel Ortega in Richtung Costa Rica zu verlassen. Sie gehören zu den ersten 280 Asylbewerbern, die im Rahmen eines Abkommens zwischen Spanien, Kanada und den Vereinigten Staaten umgesiedelt werden, um den Migrationsdruck an der Grenze zu Mexiko zu verringern. Die spanische Regierung hat zugesagt, hunderte von Familien aus Haiti, Venezuela, Nicaragua und Kuba aufzunehmen, die ihr Gastland verlassen wollen, bevor sie die gefährliche Reise in die Vereinigten Staaten antreten. Die USA-Initiative, an der Spanien teilnimmt, zielt darauf ab, sichere Formen der Mobilität für eine geordnete Migration zu schaffen. Mehr als 270.000 Menschen sind im Jahr 2023 illegal in die Europäische Union eingereist. NGOs warnen, dass der neue Europäische Migrationspakt den Zugang zu Asyl nur weiter erschwert. Inzwischen hat sich eine neue Karawane mit mehr als 8.000 Migranten auf den Weg durch Mexiko in Richtung US-Grenze gemacht. Nur die Verbesserung der Lebensbedingungen in ihren Herkunftsländern kann den Exodus stoppen. In Argentinien sind erneut tausende Menschen gegen die einschneidenden Wirtschaftsreformen des neuen Präsidenten Raffier Meleji auf die Straße gegangen. In Buenos Aires forderten die Demonstranten die Justiz auf, ein Dekret für eine umfassende Deregulierung der Wirtschaft für ungültig zu erklären. Nach dem Ende der Demonstration stießen einzelne Gruppen mit der Polizei zusammen. Die Reformen des Rechtspopulisten Meleji sehen vor, 350 bestehende Gesetze zu ändern oder aufzuheben, darunter im Miet- und Arbeitsrecht. Zudem sollen die Renten künftig nicht mehr automatisch angehoben und im öffentlichen Dienst rund 7.000 Stellen gestrichen werden. Bis Ende 2025 soll ein öffentlicher und wirtschaftlicher Notstand gelten. Argentinien erlebt zurzeit eine schwere Wirtschaftskrise. Die Inflation ist auf mehr als 160 Prozent angestiegen. In Nigeria ist die Zahl der Todesopfer einer Reihe von Angriffen auf Dörfer im Bundesstaat-Plateau offiziellen Angaben zufolge auf 198 gestiegen. Es besteht die Befürchtung, dass die Zahl der Todesopfer noch weiter steigen könnte, da einige Menschen weiterhin vermisst werden. 500 Personen wurden verletzt und Tausende vertrieben. Bewaffnete Gruppen von muslimischen Nomaden haben vorwiegend christliche Dörfer über die Weihnachtsfeiertage überfallen. Popstar Shakira ist in ihrer kolumbianischen Heimatstadt Barranquilla mit einem sechs Meter hohen Denkmal geheert worden. Die große Statue zeigt die mehrfache Grammy- und Latin-Grammy-Gewinnerin in einem ihrer berühmten Bauchtanz-Outfits. Auf einer Gedenktafel wird Shakira als Mensch mit einem Herz, das komponiert, Hüften, die nicht lügen, einer Stimme, die die Massen bewege und Füßen, die für das Wohl der Kinder und der Menschheit marschierten, gewürdigt. Shakiras Eltern nahmen an der Enthüllung des Denkmals teil. die Massen 고양 её verletzten, gewürdigt. Ich gehöre, wenn es das Wohl der Kinder und hun Parteik tyres karma nicht so war, er ist sehr glücklich. Ich werde das Wohl der Kinderract quería, aber ich finde, was es sehr gehy absch meu�� 되게 importantes.